Baust du gern Spielzeug zusammen? Heute konstruieren wir ein Auto, das man Jeep nennt. Siehst du diese blaue Karosserie? Daran montieren wir vier Räder. Zwei an der linken Seite und zwei an der anderen Seite. Hier ist das Lenkrad, um das Auto zu steuern. Und hier ein schicker roter Sitz für den Fahrer. Der Sicherheitsbügel schützt den Fahrer, wenn das Auto einen Unfall hat und sich überschlägt. Dieser Lufteinlass saugt Luft ein für den Motor. Hier haben wir zwei lange Auspuffrohre. Und zwei weitere Auspuffrohre. Sehen die nicht klasse aus? Jetzt noch zwei Rückleuchten. Und zwei Frontscheinwerfer. Und zuletzt die Windschutzscheibe, die den Fahrer schützt. Unser Jeep ist startklar. Also drehen wir eine Runde. Jeeps sind sehr robust. Sie können über große Steine fahren, Flüsse durchqueren und sogar hohe Sprünge machen. Wow, hast du das gesehen? Da haben wir aber ein tolles Auto gebaut. Hast du Lust noch was anderes zu bauen? Das ist ein tolles Auto. Untertitelung des ZDF, 2020